Internetzugriff für Programme mit der Windows Firewall blockieren Beinahe jede Anwendung baut irgendwann ungefragt eine Internetverbindung auf und lädt Dateien herunter. Wenn Ihnen dieser Unfug zu viel wird, können Sie dies mit Hilfe einer Firewall-Regel unterbinden. Die Anwendung läuft dann normal weiter, kann aber keine Internetverbindung mehr herstellen, allerdings auch kein Update durchführen. Öffnen Sie das Startmenü und geben Sie Firewall in das Suchfeld ein. Danach klicken Sie auf den Link Windows Firewall. Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen und anschließend auf Ausgehende Regeln. Im rechten Abschnitt wählen Sie Neue Regel. Belassen Sie unter Regeltyp die Voreinstellung Programm und klicken Sie auf Weiter oder aktivieren Sie den Abschnitt Programm. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie jenes Programm aus, dessen Internetzugriff Sie blockieren möchten. Alternativ können Sie diese Regel auch auf Alle Programme anwenden. Dann müssten Sie im Abschnitt Programm die Option Alle Programme aktivieren. Klicken Sie auf Weiter und achten Sie darauf, dass im Abschnitt Aktion die Option Verbindung blockieren aktiviert ist. Als nächstes wählen Sie die Profile aus, für die die Regelgültigkeit haben soll, und klicken erneut auf Weiter, um schlussendlich einen Namen einzugeben. So, nun noch auf Fertigstellen geklickt und schon ist der ausgewählten Datei der Zugriff ins Internet verwehrt. So, nun noch auf Fertigstellen geklickt und schon ist der ausgewählten Datei der Zugriff ins Internetverwehrt.